Professionelle Geldwäscher haben Deutschlands Wirtschaft auf ihrem Radar. Auf Plattformen im Darknet suchen sie erfolgreich nach ganz normalen Firmen, die bereit sind, Geld für sie zu waschen. Das organisierte Verbrechen missbraucht dafür legale deutsche Unternehmen. Annoncen lesen sich in etwa so. Suche Zwischenhändler, der im Umfeld Trading aktiv ist. Oder Wer kann helfen, 300.000 Euro Einnahmen mit 10% Beteiligung zu säubern? Das sind nur zwei von vielen Anfragenkrimineller, die Firmen suchen, welche illegale Gelder über ihre Bücher laufen lassen. Eine typische Form der sogenannten handelsbasierten Geldwäsche. Es gibt sie also auch in Deutschland. Scheinheilig wirkende Akteure, die für kriminelle Organisationen Geldwäsche anbieten, Das nennt man Money Laundering as a Service. In diesem Business wird so ziemlich alles, was man handeln kann, zur Geldwäsche genutzt. Die Vorgehensweisen bei handelsbasierter Geldwäsche sind deshalb äußerst vielfältig. Zu hohe oder zu niedrige Rechnungen, Mehrfachabrechnungen von Waren und Dienstleistungen, Lieferungen mit abweichendem Inhalt oder Phantomrechnungen, also Rechnungen für Lieferungen, die es gar nicht gab. All das sind typische Erscheinungsformen der handelsbasierten Geldwäsche. Versuche dieser Art von Geldwäsche sind aber eigentlich nicht neu. Das ist nur ein andauerndes Problem, dem bislang zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Die von Politikern oft diskutierte Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird von denen viel lieber auf Bargeld angewandt. Das ist bequemer. So kann der Politiker den braven Bürger besser kontrollieren, statt irgendetwas Sinnvolles gegen professionelle Geldwäsche zu tun. Die Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche in Deutschland befinden sich stattdessen in einem desolaten Zustand. Nach groben Schätzungen fließen ca. 100 Milliarden Euro pro Jahr zu Reinigungszwecken durch deutsche Unternehmen. Der genaue Anteil der handelsbasierten Geldwäsche lasse sich zwar nur schwer abschätzen, aber es werden in der Praxis immer wieder Fälle aufgedeckt, die auf ein sehr ernstzunehmendes Problem hindeuten. Über große Handelsvolumen können schnell riesige Summen gewaschen werden. Der Wirtschaftsstandort Deutschland sei sehr attraktiv aufgrund der vorhandenen hohen Handelsvolumen und aufgrund geringer Kontrolle. Und die Einfallstore bei Handelsaktivitäten sind deshalb so vielfältig wie der Einfallsreichtum der Geldwäscher. Leider hat sich gezeigt, dass das SPD-geführte Finanzministerium mit seinen nachgeordneten Behörden wie Financial Intelligence Unit und BaFin beim Kampf gegen die Geldwäsche noch deutlich mehr machen müssten als bisher. Einen kostenlosen Helfer haben die Fahnder jedoch Neid. Deutsche petzen gern und besonders oft in Krisenzeiten. Nicht zuletzt aufgrund des relativ hohen durchschnittlichen Wohlstandes in Deutschland gingen in diesem Jahr mehr als 200.000 neidgetriebene Verdachtsmeldungen zum Thema Geldwäsche ein. Das ist ein neuer Rekord. Wer dabei leider nicht mitspielt, ist das Ausland. Geldwäsche ist bekanntlich ein internationales Phänomen. Genau dort endet die Bereitschaft der deutschen Staatsanwaltschaften. Auslandsermittlungen werden selten initiiert, da Auskünfte von dort oft nur zögerlich, unvollständig oder gar nicht zu erhalten sind. Erschwerend für die Ermittler kommt hinzu, dass die meisten Aktivitäten bei handelsbasierter Geldwäsche sehr abgeschottet passieren. Man findet keine Vorstrafen in den Registern. Geldwäscher sind nicht auf Rendite aus, sie fallen deshalb auch aus dem Radar der Steuerfahnder heraus. Handelsbasierte Geldwäsche betreffe Unternehmen, die eigentlich nur im Wettbewerb stehen mit solchen Unternehmen, welche illegale Gelder für legale Geschäfte nutzen. Die Situation ist also alles andere als einfach. Es gibt keine einfache Rezeptur dagegen. Fakt ist nur, dass die Abschaffung von Bargeld nicht als Instrument gegen Geldwäsche taugt. Die vorangetriebene Abschaffung von Bargeld ist nur eine Nebelkerze, die angezündet wurde, um den Otto-Normalverbraucher besser zu kontrollieren. Experten sind sich sicher, dass die Abschaffung des Bargelds dafür sorgen wird, dass alternative Währungen oder Gutscheinsysteme geschaffen werden. Insbesondere natürlich unter Kriminellen. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV Bis zum nächsten Mal.